Nachdenkseiten. Die kritische Website. Olaf Scholz. Mit Erinnerungslücken in Richtung Abgrund. Ein Beitrag von Bernhard Trautvetter. Es gab zahlreiche Äußerungen aus berufenem Munde, die gewarnt hatten, dass die westliche Eskalation gegen Russland, die NATO-Osterweiterung und die Folgen des Maidan-Umsturzes zu einem Krieg in Europa führen können. Kanzler Olaf Scholz tut in seiner aktuellen Regierungserklärung aber so, als hätte es diese Warnungen nie gegeben. Er versucht, Aufrüstung und Energiekrise allein den Russen anzulasten. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der Affäre um Cum-Ex-Betrug und Wirecard-Skandal auf Erinnerungslücken verwiesen, mit denen er seine fragwürdigen Aussagen erklärte. Der ehemalige linken Abgeordnete Fabio De Masi kommentierte das bitter. Man lernt juristisch nie aus. Die Staatsanwaltschaft Hamburg sagt, Scholz hat im Untersuchungsausschuss Hamburg nicht bezüglich seiner Erinnerungslücke gelogen. Er habe die zwischenzeitliche Erinnerung im Bundestag womöglich nur vorgetäuscht und wir, also die Abgeordneten, hätten das präventiv abfragen müssen. Mit anderen Worten, die Parlamentarier sind selbst schuld, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt, so die Worte Fabio De Masis. An diese Ausfälle, Manipulationen und fragwürdigen Aussagen fühlt sich der informierte, also mündige Bürger, im Zusammenhang mit Olaf Scholz' Regierungserklärung zur EU, zu Israel und zur Ukraine vom 13. Dezember 2023 erinnert. Sie ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Olaf Scholz erklärt Russland zum alleinigen Verantwortlichen für die Gefahren in Europa und für die Haushaltsprobleme Deutschlands, die es nur wegen des imperialistischen Angriffs Russlands auf die Ukraine gebe, in dem es Landraub und Besatzung betreiben würde. Olaf Scholz erklärt mit dieser Aussage die extrem hohen Militärausgaben und Belastungen Deutschlands infolge des Stopps russischer Energielieferungen im Zusammenhang mit dem Embargo zum alleinigen Resultat des russischen Vorgehens. Das ist ein weit verbreitetes Narrativ in westlichen Medien und Politikerkreisen. Die Nachdenkseiten haben diese Darstellung in zahlreichen Artikeln widerlegt. Und es gibt Zeugen sowie Fakten, die Olaf Scholz vergessen zu haben scheint. In mehreren Dokumenten der Europäischen Friedensordnung ab dem Ende des Kalten Krieges hatten sich führende NATO-Staaten, darunter die USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, in seinen neuen Grenzen nach der Vereinigung festgelegt, eine europäische Friedensordnung der gemeinsamen und gegenseitigen Sicherheit aufzubauen, wie es dem sowjetischen Präsidenten Mikhail Gorbatschow vorschwebte, als er vom Europäischen Haus von Lissabon bis Wladivostok sprach. Diese Friedensordnung haben die NATO-Staaten wissentlich und mehrfach mit der NATO-Ostexpansion gebrochen. Die NATO-Lobby greift zur Ausflucht, Gorbatschow habe sich dieses Versprechen vertrauensselig, also naiv, nie schriftlich geben lassen. Nicht nur der 2- und 4-Vertrag zum Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, die Charta von Paris, beides aus dem Jahr 1990, die Grundsätze der NATO-Russland-Grundakte und die OSZE-Sicherheitscharta von 1999 entlarven diese Ausflucht als Lüge. Auch die Warnungen hoher US-Strategen und Diplomaten stehen dieser Desinformation der Transatlantiker in den Medien, Wirtschaft und der Politik entgegen. Was Olaf Scholz alles vergisst, wenn er Russland zum Alleinverantwortlichen für die Kriegssituation in Europa erklärt, das ist eine Serie von Warnungen aus erfahrenen Kreisen. Der erste war George F. Cannon, der NATO-Stratege, der die sogenannte Eindämmungsstrategie, also Containment der NATO gegen die Sowjetunion, ideologisch abgestützt hatte. Er warnte 1997 in den New York Times vor dem schicksalhaften Fehler der NATO-Expansion. Eine Ausweitung der NATO wäre der verhängnisvollste Fehler amerikanischer Politik nach dem Ende des Kalten Krieges. CIA-Chef William Burns, damals Botschafter in Russland, warnte 2008, als sich Angela Merkel gegen Bushs Plan stellte, die Ukraine in die NATO zu führen, dass der Beitritt der Ukraine zur NATO für die russische Elite, nicht nur für Putin, die leuchtendste aller roten Linien ist. Jack Matlock, der letzte Botschafter der USA in der Sowjetunion, erklärte im Jahr 2014 nach dem provestlichen Putschen der Ukraine und der Krim-Krise, Als wir den Kalten Krieg beendet und politisch dabei geholfen haben, Osteuropa zu befreien, war klar, dass wir Russland für ein freies und vereintes Europa einbeziehen müssen. Wir wussten auch, wenn man ein Instrument des Kalten Krieges, die NATO, in dem Moment vorbewegt, wo die Barrieren fallen, schafft man neue Barrieren in Europa. Und genau das ist jetzt geschehen. Wenn wir Frieden wollen, dann sollten Russland, die Ukraine und die Länder Ost- und Westeuropas in einer einzigen Sicherheitsgemeinschaft sein. Matlock kritisiert auch die Siegermentalität der NATO. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Ende des Kalten Krieges kein westlicher Sieg war. Wir haben das Ende des Kalten Krieges verhandelt und es zu Bedingungen getan, die auch vorteilhaft für die Sowjetunion waren. Wir haben alle gewonnen. Auch die CIA ist als Informationsquelle für Olaf Scholz zu empfehlen. Robert M. Gates, ehemaliger Direktor bzw. Vizedirektor der CIA von 1986 bis 1993, enthüllt in seinen Erinnerungen, dass der damalige Verteidigungsminister Richard Dick Cheney bestrebt war, Russland zu vernichten. Als die Sowjetunion Ende 1991 zusammenbrach, wollte Dick nicht nur die Zerschlagung der Sowjetunion und des russischen Imperiums, sondern auch von Russland selbst. Hätte die NATO die internationalen Verträge zur Friedensordnung eingehalten, hätte sie auf erfahrener westlicher Experten gehört, wäre vermutlich nicht eingetreten, was Olaf Scholz mit seinen Erinnerungslücken beklagt. Auch Klaus von Donany von der SPD hatte festgestellt, dass die NATO mitverantwortlich für die Eskalation der Spannungen im Vorfeld des russischen Einmarsches gewesen sei. Die Friedensbewegung des Ruhrgebietes warnt seit mindestens 2014 vor einem großen Krieg in Europa. Weil die Kalkara-NATO-Strategie-Schmiede in ihrer Future Vector-Tagesmanuskript von 2014 auf Seite 141 davon ausging, dass es anzuzweifeln sei, dass kein großer Krieg mehr in Europa stattfinde. Und zwar könne der in einer der ehemaligen Sowjetrepubliken beginnen, die die NATO aufnehmen will oder schon aufgenommen hat. Dem Baltikum, der Ukraine oder Georgien. Die NATO, die ohnehin deutlich mehr als die Hälfte der weltweiten Militärausgaben verantwortet, steigert ihre Rüstung auch im Bereich nukleare Arsenale intensiv und beständig. Einen dritten großen Krieg, einen sogenannten Major War seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, würde Europa nicht überleben. Die hier vorgenommene Erinnerung an die Fakten für Olaf Scholz stellt selbstverständlich keine Rechtfertigung der Invasion Russlands in die Ukraine dar. Außer dem menschlichen Leid verursacht sie ein großes nukleares Risiko, da die Ukraine Strom aus 15 Atomreaktoren bezieht. Die einseitige Propaganda vom Guten Westen und der Achse des Bösen im Osten ist zudem ein in der ökologisch gefährdeten Welt unverantwortliches Spiel mit dem finalen Feuer der europäischen Zivilisation, das die Ampelregierung Sicherheitsstrategie nennt. Welch brandgefährlicher Zynismus! Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.